Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Heute habe ich ein ganz besonderes Live-Kommentary, weil ich euch heute einen Clan vorstellen möchte. Und habe heute auch jemand dabei, dem Nenexo. Das ist ein PSN-Freund von mir. Und dem gehört, oder der ist Mitglied von dem Swiss Chokers Clan hier, SWJO. Sag doch einfach mal was dazu. Der beste Clan, ja. Also, eine Frage. Wie viele Mitglieder hat denn der Swiss Chokers Clan? 10, 11 Mitglieder sind es erst. Und ja, wer diesem Clan beitreten will, der kann einfach mal eine Nachricht an Nenexo, oder? An dich schreiben, oder? An wen? Wer ist der Leader? Ähm, hier, keine Ahnung. Ja, Leader ist irgendwo am besten. Einfach Swift, Swift Jokers, ja. Ja, genau. Also, ich werde auch nochmal den Clan in der Videobeschreibung dann einschreiben. Ja, ich habe auch eine kleine Waffenglasse heute am Start mit der M27 und der FHJ18AA. Ja, äh, Nenexo, was hast du am Start heute? Ja, nicht schlecht, Mann. Er weiß, wie es läuft. So, wie steht es denn? Nicht so gut, nicht so gut. YouTube Gamescom ist ja am Abkacken. Ja, ich werde wahrscheinlich dem Clan auch beitreten, muss noch gucken, muss mir das ganze Elite-Teil noch runterladen. Und dann muss ich ja, ja, mal gucken, wie ich das mache hier. Gebe ich Swiss Chokers ein und dann bin ich drin, hoffentlich. Also, suchen wir dich mal, Nenexo. Da ist Nenexo in Action. Seht ihr ihn? Ah, eine geile Knarrer da am Start. Die ist aber leider tot. Nehmen wir einfach mal die SWAT-556. Ah ja, die ist gut, die ist ja eine gute Waffe. Ist auch optisch schön anzusehen hier mit dem schönen schwarzen Design. Und das war trotzdem die Niederlage, aber das ist völlig egal. Das andere Team hat nur gekämpft und gegen Camper ist selbst Alberto Sun machtlos. Leute, das war das kleine Commentary mit Nenexo zusammen vom Swiss Chokers Clan und eurem YouTube Gamescom. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hallo? Hallo? Sag noch was, du hast noch 10 Sekunden. Ja, Leute, haut rein. Bis dann. Ciao.